Hi, in diesem Video zeige ich dir einmal, wie du so eine Kalender-App in SwiftUI programmieren kannst. Du wirst nämlich hier einmal alle Monate von einem Jahr und kannst natürlich hier auch einmal weiter durchgehen durch die Jahre. Und außerdem, wenn du die App startest, wird immer direkt zum richtigen Monat gescrollt. Mein Name ist Nico und wir fangen natürlich auch direkt an. Als kleiner Hinweis vorneweg, dieses Tutorial ist jetzt nicht für reine Anfänger. Ihr benötigt hier schon ein bisschen Grundwissen, um das Ganze zu verstehen, denn ich erkläre jetzt hier nicht alles von Grund auf und ihr solltet schon kleinere SwiftUI-Apps schon mal irgendwie gemacht haben und euch zumindest relativ sicher in SwiftUI und Swift fühlen. Ihr könnt es aber auch auf jeden Fall probieren zu programmieren, ist nicht ganz so schwierig. Aber wie gesagt, wir brauchen hier ein paar Kniffe, sehr viel mit Datum hin und her arbeiten und das kann für einen Einstieg relativ schwierig sein. Wenn ihr komplett neu in SwiftUI seid, habe ich hier oben einmal ein Video verlinkt. Schaut euch dann das gerne an, da lernt ihr Swift und SwiftUI. Wir fangen jetzt hier einmal mit der Tagesview an. Also, dass wir hier erst einmal eine View haben, die uns den aktuellen Tag anzeigt, anhand des Datums, welches wir übergeben. Dazu gehen wir einmal hier in unseren Code rein und ich lege dafür auch jetzt schon mal eine neue Datei an, dass das etwas abgetrennt ist von den anderen Sachen und nenne die Ganze einmal DayView und mache hier oben erstmal einen Import SwiftUI, DayView von TypView. Ich mache jetzt hier erstmal nur einen Text mit einer hart codierten Eins. Wir ändern das natürlich später ab, dass das etwas dynamischer geht. Aber nur, dass wir schon mal was sehen, mache ich das halt einmal hier so und mache jetzt eine Preview. Dann sieht das Ganze nämlich dann einmal hier so aus. Als nächstes, was unsere View braucht, ist einmal ein Übergabeparameter und zwar einmal ein Datum, welches wir an die View übergeben. Dazu habe ich auch schon mal ein separates Video gemacht. Das blende ich euch jetzt oben auch in der Infokarte ein, wie wir Parameter an eine View übergeben können. Und wir machen es einmal für das Tagesdatum einfach. Jetzt müssen wir aus unserem aktuellen Datum, welches wir an die View übergeben haben, unseren Tag einmal raussuchen. Also einmal den ersten oder ob es der fünfte im Monat ist oder der zehnte im Monat. Und dafür brauchen wir eine Extension, denn das geht nicht automatisch in Swift. Und ich mache dafür immer auch eine neue Datei für die Extensions und nenne die dann einmal auch Date Extension. Einmal so, ein paar Mal vertippt. Und mache jetzt hier einfach eine Extension rein mit Date. Jetzt können wir nämlich unseren Datumsdatentyp einfach erweitern um bestimmte Funktionen. Die erste Funktion ist einmal, dass wir bestimmte Bestandteile von unserem Datum extrahieren können, wie zum Beispiel den Tag oder den Monat oder das Jahr. Dafür schreiben wir hier einfach eine Function, Getten, und machen hier einmal eine Component, Doppelpunkt Kalender.Component. Wir können das Ganze hier auch noch durch einen Unterstrich ersetzen. Dass wir gleich beim Methodenaufruf nicht die ganze Zeit immer Component davor schreiben müssen. Und wir geben hier immer einen Int-Datentyp zurück. In dem Fall ist es halt dann immer der erste oder der erste des Monats oder der Monat halt eins oder das Jahr 2024. Das kann halt jetzt hier dynamisch sein, aber es ist halt immer ein Int-Wert, den wir hier zurückgeben. Jetzt kommt hier einfach nur ein Aufruf rein mit Return, Kalender, Punkt Current, Punkt Component und übergeben jetzt hier unsere Komponente und uns selbst. Denn wir sind ja hier in einer Extension. Das heißt, über Self können wir auf unseren eigenen Wert zugreifen. Der Vorteil hiervon ist jetzt einfach, dass wir so einen kleinen Wrapper haben, dass wir jetzt gleich später im Code nicht immer hier das Ganze aufrufen müssen, sondern einfach nur das Get aufrufen müssen und dann direkt unseren Wert bekommen. In dem Fall, da gehe ich jetzt einmal in unsere Dayview zurück und rufe jetzt hier einfach Date.Get.Day auf. Und jetzt bekomme ich den 29., denn heute ist auch zufällig der 29. Februar. Das heißt, das nächste Mal wird das erst wieder in vier Jahren sein, weil ja gerade ein Schaltjahr ist. Ich könnte jetzt hier auch Punkt Month machen und bekomme jetzt den Monat zurück in dem Fall der Februar und könnte jetzt hier auch zum Beispiel Punkt Yeah machen, wo ich jetzt hier 2024 zurückbekomme. Der Ausgabetext formatiert jetzt hier noch automatisch einen Punkt hin. Das ist uns jetzt gerade aber erstmal egal, weil wir wollen ja den Tag haben und ein Tag kann niemals über 1000 gehen. Deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal so stehen. Als nächstes wollen wir jetzt eine Besonderheit an einem Wochenende haben, denn am Wochenende soll das Datum einmal ausgegraut werden, so wie das jetzt hier bei Samstag und bei Sonntag der Fall ist. Dafür gehen wir auch wieder in unsere Extension rein und schreiben eine eigene Methode, damit wir nicht immer hier das Ganze hier aufrufen müssen. In dem Falle machen wir hier einmal isWeekend und das liefert uns einen Boolean-Wert zurück, denn entweder sind wir am Wochenende oder wir sind nicht am Wochenende und machen jetzt hier einen Return Kalender.Currents.isDateInWeekend und übergeben uns hier einfach wieder selbst. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Code und jetzt können wir die Farbe über einen Foreground-Style ausgrauen. Wie finden wir jetzt die Farbe heraus? Und hier kommt direkt auch etwas Eigenwerbung ins Spiel, denn ich habe eine eigene App rausgebracht, die SwiftLern heißt und wenn wir zum Beispiel eine Farbe auswählen wollen, können wir jetzt hier unten zum Beispiel einfach bei den SwiftUI-Komponenten auf Color gehen, klicken einmal hier drauf, wählen uns jetzt hier ein Grau aus, welches wir haben wollen. Ich stelle es mal hier, das sieht jetzt etwas zu dunkel aus. Ich nehme mal hier dieses Grau, kann jetzt auf Kopieren drücken und kann jetzt direkt auf mein MacBook gehen und Punkt Foreground-Style und dann einfach die Farbe hinterlegen und dann wird das Ganze auch direkt auf diese Farbe gesetzt. Die App ist natürlich völlig kostenlos im App Store, könnt ihr euch gerne runterladen und damit einige SwiftUI-Komponenten ausprobieren. Ich mache die Farbe aber in eine extra Datei rein und zwar nenne ich die jetzt einfach mal Color Consts, damit das hier nicht immer so lang ist. Kopie das einmal und verschiebe das jetzt hier rein mit Let's Weekend Color und habt ihr jetzt hier einmal angelegt, muss natürlich jetzt noch SwiftUI importieren und kann diese jetzt hier einmal benutzen, Weekend Color. Aber natürlich soll die Weekend Color nur dann auch die Weekend Color sein, wenn wir am Wochenende sind, deswegen machen wir hier noch die Abfrage, Date.isWeekend und können jetzt hier eine If-Abfrage auch direkt in einer Zeile machen. In dem Falle macht man das mit einem Fragezeichen und einem Doppelpunkt und jetzt haben wir hier einmal den linken Fall, den True-File. In dem Falle, wenn wir am Wochenende sind, wollen wir die Wochenendfarbe haben und wenn wir nicht am Wochenende sind, dann machen wir die Farbe Punkt Primary, so dass noch der Dark Mode auch funktioniert. Weil aktuell ist es jetzt schwarz und wenn ich jetzt hier einmal in meine Einstellungen gehe und einmal die Appearance auf Dark mache, wird die Schrift auch direkt weiß und wenn ich jetzt in die Light Appearance natürlich wieder gehe, wiederum schwarz und wenn ich jetzt hier nur Punkt Black hingeschrieben hätte, wäre sie halt immer standardmäßig schwarz, was ich jetzt an dieser Stelle aber nicht haben möchte. Und was wir noch machen können, ich habe das jetzt hier schon mal rausgesucht, wir können auch ein Time Intervall angeben und ein bestimmtes Datum uns raussuchen, weil hier in dieser Preview wird jetzt immer das heutige Datum angezeigt. Ich habe jetzt auch mal ein Datum rausgesucht, was am Wochenende ist und zwar der 31. März und damit können wir es jetzt ganz gut testen, wie das jetzt aussieht. Weil ansonsten wäre es auch ein bisschen problematisch, wenn wir nur das heutige Tagesdatum haben, dann können wir nie sehen, wie die View auch am Wochenende aussieht und hier kann ich jetzt auch mal gucken, wie es im Dark Mode aussieht, ob das gut lesbar ist und ist auch gut lesbar. Deswegen lasse ich das jetzt einmal hier so. Wie ihr hier diesen Time Intervall herausfindet, das könnt ihr über eine Website machen, zum Beispiel über unix-timestamp.com. Hier bekommt ihr mal gerade die aktuelle Sekundenzahl angezeigt, die seit dem 1. Januar 1970 gefallen ist. In dem Fall ist das jetzt schon eine sehr große Zahl und hier könnt ihr auch ein Datum auswählen und bekommt dann den Unix-Timestamp. Und dann könnt ihr hier unten das im Time Intervall einfach angeben und könnt so ein Datum euch dann raussuchen. Soweit so gut. Jetzt muss aber noch ein roter Kreis um unser Datum drumherum, wenn nämlich das Datum genau heute ist. Dafür mache ich hier erst einmal einen Punkt Background und kann jetzt hier einmal einen Circle machen. Dann gebe ich dem Ganzen noch einen Frame an von einmal 30x30. Die Werte habe ich jetzt schon einmal rausgesucht im Vorhinein und mache jetzt noch einen Punkt ForegroundStyle.Wet. Aber der Circle darf natürlich nur dann sichtbar sein, wenn wir ja auch heute sind, weil hier sehen wir jetzt gerade schon 31. März, haben wir gerade nicht, sondern nur hier darf es rot sein. Und dafür machen wir jetzt auch eine neue Methode, und zwar istToday. Dafür gehe ich wieder in unsere Date Extension rein und mache eine neue Funktion istToday. Die liefert uns auch wieder ein Boolean zurück, weil wir hier nur True- oder False-Werte haben und können jetzt hier wieder Kalender.Current.IsDate machen und machen dann einmal hier unser heutiges Datum rein und einmal dann Self und gehe jetzt hier wieder zu unserer View zurück und mache jetzt hier eine If-Abfrage. Date.IsToday und da tue ich das Ganze jetzt einmal rein. Und wir sehen, am 31. verschwindet jetzt der rote Kreis und hier ist jetzt der rote Kreis hinzugefügt worden. Jetzt mache ich einmal weiter mit der ganzen Monatsansicht und zwar kümmern wir uns jetzt wirklich darum, dass die Datumsfelder einmal so wie hier angezeigt werden. Also hier einmal wie zum Beispiel bei Februar, dass es dann hier vom 1. bis zum 29. geht und auch schon so richtig eingerückt ist, weil der 1. Februar war jetzt ein Donnerstag und kein Montag, also dass es hier in der Mitte anfängt und nicht am Anfang. Dazu lege ich jetzt hier wieder eine neue Datei an. Und zwar nenne ich die jetzt einmal MonthView, also MonatsView. Ich mache jetzt hier wieder ein Import SwiftUI und mache einmal ein Struct MonthView. Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen leeren String einfach nur rein, dass es gleich kompiliert und mache jetzt einmal eine Preview. Bei unserem Monat brauchen wir jetzt auch erstmal ein Datum, damit die View weiß, welchen Monat wir haben. In dem Falle nenne ich jetzt auch einmal das Datum einfach Month. Das kann jetzt hier, oder andersrum gesagt, in dem Falle ist das jetzt einfach mal der erste des Monats, den wir übergeben. Und dann weiß die View Bescheid, ah, ich bin jetzt zum Beispiel im Februar, weil ich den ersten, zweiten übergeben habe. Das Ganze könnte man natürlich auch irgendwie ein bisschen anders lösen. Ich finde jetzt hier diese Variante relativ gut und übergebe hier deswegen einmal auch das Datum. Wir könnten natürlich auch irgendwie immer den Integerwert übergeben, müssen aber auch immer noch das Jahr dazugeben. Deswegen finde ich jetzt das hier einfacher. Und wir schauen uns das Ganze erst einmal an, wie das hier aussieht. Wir brauchen jetzt hier oben erstmal eine Caption mit dem Monatsnamen. Ich sehe auch gerade, dass hier jetzt nicht perfekt aligned ist. Das könnte man jetzt hier noch um ein bisschen Padding einrücken, dass das hier mit den Tagen besser stimmt. Aber es ist natürlich jetzt etwas anderes. Und deswegen gehe ich einmal hier wieder zurück und mache erstmal einen V-Stack, weil wir jetzt mehrere Komponenten brauchen, die untereinander liegen. Und fange jetzt hier einmal mit dem Text an. Und wir brauchen jetzt eine Funktion, die uns die Caption von dem Monat zurückgibt. Und das könnten wir theoretisch auch in der Date-Extension machen. Da ich aber hier jetzt gerne eine Instanz-Variable anlegen möchte, mache ich dafür eine eigene Klasse, denn in Extensions kann man keine Variable anlegen. Und mache deswegen hier eine neue Datei mit Date-Utils, nenne ich das. Mache jetzt hier eine Class, Date-Utils. Und mache jetzt schon mal eine Funktion rein, getMonthCaption. Und die liefert uns jetzt einen String zurück. Ich mache jetzt hier erstmal einen leeren String, das wieder alles kompiliert. Und wir brauchen nämlich jetzt hier eine Instanz-Variable, die ich nämlich schon einmal anlegen möchte. Ansonsten kostet es auch immer sehr viel Rechenzeit, halt immer Objekte und Variablen zu erstellen. Deswegen lagere ich das jetzt hier nochmal extra aus. Und zwar eine Private war MonthFormator und wir haben jetzt hier eine Funktion, Create MonthFormator, die wir natürlich jetzt anlegen müssen. Denn wir müssen hier bei dem MonthFormator ein paar Einstellungen setzen und das habe ich dann am liebsten in der Funktion. Und mache deswegen hier eine Private Static. Ich kopiere das einmal und wir geben ein DateFormator zurück. Hier fehlt jetzt noch Funk. Und wir können jetzt hier einmal den Formator anlegen. ist gleich DateFormator. Bei dem Formator setzen wir jetzt das DateFormator auf viermal das große M. Das gibt uns dann immer den Monatsnamen zurück. Wenn man zum Beispiel nur MM schreibt, würde es uns zum Beispiel den zwölften zurückgeben. Also ähnlich wie die Funktion, die wir eben geschrieben haben. Gleich ist es ja auch bei Datum. Wenn wir jetzt hier mehrmals das große D schreiben, bekommen wir das Datum dann zum Beispiel abgekürzt zurück oder in der vollen Schreibweise. Man kann sich das hier zusammenbasteln. Zum Beispiel könnte man es auch kombinieren mit MMM und dann J, J, J. Und jetzt bekämen wir zum Beispiel Februar 2024 in dem Falle zurück. Hier kann man dann ein bisschen rumexperimentieren. Wie gesagt, wir brauchen jetzt hier nur den Monatsnamen. Deswegen mache ich einmal MMM und machen einmal ReturnFormator. Und das wird jetzt hier oben aufgerufen. Und wir können jetzt hier beim MonthFormator noch einmal ein Datum übergeben. Date mit Date. Ich mache jetzt hier wieder einen Unterstrich davor, dass wir nicht überall immer wieder Datum davor schreiben müssen, weil es jetzt hier ein bisschen selbstverständlich ist, dass wir ein Datum übergeben. Und jetzt können wir einfach MonthFormator.String aufrufen und übergeben jetzt hier einmal das Date. Und das wäre jetzt hier schon geschafft. Und jetzt können wir einfach bei der MonthView einmal DateUtils aufrufen, GetMonthCaption und können jetzt hier einmal den Month übergeben. Und das muss hier natürlich auch eine statische Funktion sein, denn wir wollen von DateUtils jetzt kein Objekt anlegen. Und hier muss dann auch eine statische Variable sein. Weil dann haben wir das alles auf Klassenebene und wir müssen dann kein Objekt von DateUtils erstellen. Dann funktioniert nämlich der Aufruf hier so direkt auf die Klasse. Und wir sehen, wir haben jetzt hier einmal direkt February. Natürlich, wenn ihr jetzt hier ein deutsches Gerät habt, der Simulator ist jetzt auf Englisch eingestellt, würdet ihr jetzt auch die deutsche Schreibweise zurückbekommen. Also ihr müsst jetzt keine extra Übersetzung machen, das passiert schon intern automatisch. Jetzt machen wir den Februar noch linksbündig, wie das jetzt hier eben schon bei der App war. Dabei können wir jetzt ein Frame machen und dann ein MaxWriff, Infinity und setzen einen Alignment.leading. Wenn ihr die SwiftLern-App habt, könnt ihr das da auch zum Beispiel alles nachschauen und solche Funktionen dann auch herausfinden, wie das funktioniert. Zum Beispiel, was wir da auch sehen können, sind zum Beispiel die ganzen Schriftarten. In dem Falle kann ich jetzt hier einmal die Schriftarten durchgehen und zum Beispiel gucken, was jetzt passt. In dem Falle bräuchte ich jetzt hier Title 2. Deswegen halte ich mich hier einmal bereit, sehe auch unten den Code, wie das geschrieben wird. Punkt Font, Punkt Title 2. Und das machen wir jetzt hier auch einmal, Punkt Title 2. Und schon habe ich die richtige Schriftart hierfür. Als nächstes müssen wir uns jetzt noch darum kümmern, dass nur noch die Tage hier richtig angezeigt werden. Das könnten wir jetzt auch auf verschiedene Wege machen. Ich habe mich jetzt hier einmal für einen Grid entschieden. Bei einem Grid haben wir nämlich einmal feste Spalten und können einfach UI-Komponenten, ich sage jetzt mal, reinschmeißen und er auch nutzt die uns immer an. Und sobald eine Spalte voll ist, beziehungsweise nicht eine Spalte voll ist, sondern einmal eine Zeile komplett voll ist oder alle Spalten halt hier einmal geschrieben sind in der Zeile, dann geht das Grid automatisch in die nächste Zeile und macht wieder alle Spalten voll und so weiter und so fort. Also hierfür sehr praktisch. Deswegen lege ich das hier einmal an. Das wird einmal Lazy V-Grid, in dem Fall jetzt V-Grid, weil Hargrid wäre jetzt horizontal, ich möchte es aber vertikal haben. Und muss jetzt hier einmal Spalten angeben. Oh, das war schon ein bisschen zu viel kurz. Dann mache ich gerade nochmal weg. Und ein Spacing. Einmal nehme ich hier so. Die Spalten lege ich einmal hier oben erstmal an. Und zwar, da wir sieben Wochentage haben, brauchen wir halt auch dementsprechend sieben Spalten. Damit wir jetzt aber nicht manuell alles jetzt tippen müssen, können wir auch einfach schreiben Array, Repeating und kann jetzt hier einmal sieben Elemente hinschreiben. In dem Falle GridItem.Flexible. Oh, das sind ein paar zu viele. Und mache jetzt hier einmal eine 7 rein. Und die Spalten kann ich jetzt hier unten einmal angeben. Und das Spacing habe ich mir auf 15 rausgesucht. Das sind jetzt schon alles Werte, die ich mir einmal vorbereitet habe. Aber in sich ist es halt, wie eben schon gesagt, relativ einfach. Wir haben jetzt hier oben einfach sieben Spalten, die flexibel sind in der Größe. Und in dem Falle jetzt auch sieben Stück. Und wir setzen jetzt gleich hier einfach nur UI-Elemente rein, wie bei einer Liste. Und die werden dann automatisch angeordnet. So, dann einmal ein kleiner Cut. Und jetzt einen Tag später bei mir. Wir benötigen jetzt für das Lazy-Week-Wed einmal eine Methode, die uns einmal alle Tage von einem Monat zurückgibt. Und die wir dann hier einfach in das Grid reinschmeißen können. Und das Grid ordnet uns dann die ganzen Sachen an. Dafür gehen wir wieder in die Date-Extension rein. Und wir machen jetzt hier eine Methode. Function getAllDaysToNextMonth. Und das liefert uns ein Array mit Date zurück. Ich mache jetzt hier schon mal ein Return rein. Mit einem leeren Array. Und dann sieht das Ganze hier so einmal aus. Als nächstes machen wir erst einmal eine Methode, um uns alle Tage von einem Monat zurückgeben zu lassen. Also die Anzahl der Tage von einem Monat. Dafür mache ich die auch private, dass die von außen erstmal nicht sichtbar ist. private func getDaysCountOfMonth. Und das liefert uns einen Integer-Wert zurück. Und wir schreiben jetzt hierhin einmal ReturnCalendar.Current.RangeOf.DayInMonth. Also wie viele Tage wir in einem Monat haben für unser aktuelles Datum. Und das Ganze ist ein Optional. Ich mache jetzt hier einmal ein Force on Web drauf, weil wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt hier vernünftige Werte übergeben. Und dann machen wir jetzt zum Schluss noch einen Count. Und andernfalls bekämen wir jetzt hier einmal eine 0 bis 28 zurück. Und durch Punkt Count bekommen wir jetzt nur die 28 zurück. Jetzt gehe ich einmal zurück hier oben in unsere Methode. Ich lege mir einmal ein Array an mit Days, wo wir jetzt unsere Tage rein tun werden. Und mache eine Vorschleife von 0 bis einschließlich unserer Anzahl von Tagen. Hier so. Beziehungsweise nicht einschließlich, sondern ausschließlich. Und hier das Array erstellen wir auch direkt. Und hier habe ich natürlich iIn vergessen. Und jetzt können wir aufrufen Calendar.Current.DateByAdding.Day. Also wir fügen jetzt einen Tag hinzu für den Wert i auf unseren Monat. Hier Save, das ist ja unser Monat. Und wir addieren jetzt immer einen Tag hinzu mit dem Value von i. Also i ist am Anfang 0. Also in dem Falle der erste des Monats plus 0 ist immer noch der erste des Monats. Beim nächsten Steifendurchlauf machen wir hier eine 1 rein. Oder haben wir hier eine 1 drin. Und addieren also 1 dazu zum ersten Tag des Monats. Und dann immer so weiter, bis wir am letzten Tag sind. Zum Beispiel jetzt März am 31. Beziehungsweise bis zum 30. Weil wir machen das ja hier ausschließlich. Und dann fügen wir eine 30 plus den ersten hinzu. Also landen wir dann beim 31. Was dann der letzte Tag des Monats ist. Hier kommt dann einmal ein Datum nämlich zurück. Beziehungsweise ein Date zurück. Und den fügen wir jetzt einmal zu unserem Array hinzu. Punkt Appends Day. Und das Ganze ist ein Optional. Deswegen force unwrappe ich das hier, weil ich jetzt hier erstmal davon ausgehe, dass ein echtes Datum auch zurückkommt. Und ganz am Ende gebe ich jetzt einmal alle Tage zurück. Das wäre es jetzt auch schon mal. Jetzt haben wir eine Methode, um einmal alle unsere Tage in einem Monat zu bekommen. Und jetzt gehe ich einfach mal in unsere Month View. Und mache jetzt hier nur For Each Schleife. Und ich mache jetzt hier einmal ein 0 bis Month.get all days to next month. Und jetzt mache ich hier eine geschweifte Klammer auf. Mache jetzt hier einen Unterstrich innen hin, weil wir jetzt hier keinen Wert benötigen. Doch, den brauchen wir. Deswegen, doch, hier benötigen wir einen Wert. Deswegen mache ich hier einmal Day hin. Beziehungsweise, das habe ich schon ein bisschen verschrieben. Wir machen das hier so. Wir bekommen ja hier ein Array zurück. Und wir iterieren jetzt einmal über alle Werte vom Array. Brauchen jetzt hier eine ID. Weil die potenziell nicht, oder weil die selber nicht identifiable sind. Zu der For Each Schleife habe ich auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Das seht ihr jetzt hier oben in der Infokarte eingeblendet. Da erkläre ich das nochmal was genauer. Wie das hier mit der ID funktioniert. Und generell, wie die For Each Schleife funktioniert. So, als nächstes rufen wir jetzt eigentlich nur noch unsere Day View auf. Und übergeben unseren Tag. Nicht Day, sondern Day. So, und jetzt sehen wir schon. Hier werden jetzt einmal alle unsere Monate angezeigt. Wie ich das eben mit unserem Grid erklärt habe. Das fängt halt hier vorne einfach an. Und jetzt werden einfach alle Items reingeworfen. Und wir landen halt dann hier einfach am Ende irgendwann. Und er hört automatisch auf. Das geschulte Auge erkennt jetzt aber direkt, der 1. März ist hier einmal am Anfang. Aber, wenn wir auf den Kalender schauen, der 1. März ist ein Freitag. Und unsere Freitagsspalte ist ja normalerweise nicht hier ganz links. Sondern die dritte von hier rechts. Und deswegen müssen wir hier noch eine kleine Verschiebung einbauen. Und dafür gehen wir jetzt einmal in die Date Extension rein. Und machen jetzt hier eine Funktion Get Weekday. Und das liefert unseren Integer-Wert zurück. Und hier rufen wir einfach Return. Und jetzt können wir hier einfach Get aufrufen. Also die Funktion, die wir hier oben schon haben. Punkt Weekday. Und jetzt könnte man ja sagen, das könnte man ja auch schon von außen machen. Aber wir müssen jetzt immer, wenn wir diese Funktion benutzen, ein Minus 2 rechnen. Dass der Montag der erste Wochentag ist. Und dass wir das direkt für alle Stellen haben, mache ich jetzt hier nochmal eine eigene Funktion für Get Weekday. Okay. Einmal eine kleine Sache, die ich noch vergessen habe. Außerdem müssen wir darauf aufpassen. Wenn wir jetzt den Weekday hier Minus 2 rechnen, können wir auch potenziell ins Negative gehen, wenn wir schon einmal am Anfang der Woche waren. Deswegen machen wir jetzt hier eine weitere Abfrage. Mit einer Variable mit Weekday. Und wenn hier unsere Variable kleiner ist als 0, dann machen wir einen Return. Und jetzt nehmen wir unsere Anzahl an Wochentagen. 7 plus Weekday. Um von der anderen Richtung jetzt zu rechnen. Achtung Vorsicht, wir haben jetzt hier eine negative Zahl. Deswegen rechnen wir hier Plus, weil ansonsten Minus mal Minus wiederum wäre. Und dann kämen wir auf falsche Werte. Deswegen machen wir hier einen Plus hin. Und gehen andernfalls, wenn wir nicht kleiner als 0 sind, einfach unseren Wochentag zurück. Und dann haben wir damit auch schon mal keine Probleme. Und jetzt kann ich hier ein ForEach machen. Und jetzt Month.getWeekday. Und hier kann ich jetzt einmal einen Unterstrich in hin machen, weil wir den Wert nicht benötigen. Und machen jetzt hier einfach Spacer rein. Oh, Spacer. Und machen hier noch auch einmal ID Doppelpunkt Backslash.Self. Wenn ich noch schreiben kann. So. Und jetzt sehen wir, jetzt ist das Ganze hier schon mal etwas versetzt. Und der Freitag ist jetzt hier wirklich da, wo der Freitag sein soll. Kleine Ergänzung noch. Ich mache das Spacing ein bisschen größer. Ich mache es mal hier so, da könnt ihr selber noch ein bisschen rumspielen. Geht es ja hier erstmal nur um die reine Funktion, wie man so einen Kalender erstellt. Soweit so gut. Ich mache jetzt hier bei unserem Text noch ein Padding hin. Mit Punkt Leading. Dass das jetzt hier aligned ist. Und jetzt hier nicht mehr so weit absteht. Jetzt ist das etwas zentrierter. Gefällt mir etwas besser. Hatte ich in meinem Prototypen von dem Video noch nicht gehabt. Aber jetzt habe ich das hier auch. Okay, soweit so gut. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch auch auf Jahresebene machen. Das mache ich jetzt einfach in der Content View. Und benenne die aber einmal um zu... Oder lasse ich die Content View... Doch, ich glaube, ich lasse die erstmal Content View benannt. Und mache jetzt hier eine Scroll View draus. Wo jetzt einmal unsere ganzen Monate reinkommen. Ich habe mich jetzt hier auch aus Performance Gründen dafür jetzt erstmal entschieden, dass man immer nur ein Jahr hier hat. Und man dann oben weiter scrollen muss. Man könnte die App auch noch etwas weiter optimieren, dass man dann über mehrere Jahrhunderte das hat, indem die Daten immer weiter nachgeladen werden. Soll ich mir dann aber noch ein bisschen optimieren. Aber ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig. Jetzt benötigen wir in unserer Scroll View als erstes einen V-Stack. Und hier kommen jetzt gleich unsere ganzen Monate rein. Als erstes müssen wir aber jetzt hier erstmal den Header noch machen, wo einmal alle unsere Wochentage aufgezeigt werden. Und dafür mache ich jetzt hier auch eine eigene private Komponente. Und zwar einfach Weekday Header View von View. Hier fehlte einmal das Struct, deswegen ist er jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Und einmal hier so. Und damit das die gleiche Formatierung hat, mache ich jetzt hier auch ein Lazy V-Grid rein. Mit einem Spacing und Columns von dem anderen. Das war jetzt ein bisschen doof. Einmal hier so. Und Columns nehmen wir das Array von eben unserer View auch. Machen das gleiche Spacing. Einmal von 25. Und mache jetzt hier einmal eine For Each Schleife rein. Für einmal alle unsere Wochentage. Das fülle ich aber gleich jetzt noch aus. Mache einmal Weekday In. Und zwar, damit sich das Tutorial jetzt nicht zu lange zieht, habe ich jetzt einmal hier ein Array angelegt. Für einmal alle Wochentage. Theoretisch könnten wir aber auch wieder mit einer Schleife über alle Tage drüber iterieren. Von einer Woche. Und machen dann mit einem Dateformatzer uns einmal dann die ersten zwei Buchstaben von dem Wochentag. Aber das wird jetzt ein bisschen den Rahmen des Tutorials sprengen. Deswegen habe ich das jetzt einmal so schnell angelegt. Und mache einmal Punkt Self. Und es fehlt noch ein ID-Doppelpunkt. Und jetzt gebe ich einfach nur den Text von dem Wochentag aus. Und die Weekday Header View schreibe ich dann jetzt hier oben einmal rein. Wir schauen uns das Ganze einmal an. Es sieht dann jetzt hier so aus. Wir können jetzt hier noch einen Navigation Stack drum machen, dass wir auch gleich später die Einträge öffnen können. Und machen das dann einmal hier so. Und wir machen jetzt einmal hier eine Month-View. Und probieren das jetzt einfach nur mal für einen Monat aus. Also für den jetzigen. Und wir bekommen das jetzt hier schon angezeigt. Ist jetzt hier nicht perfekt aligned. Könnte man nochmal nacharbeiten. Also hier mit diesem March, dass der etwas weiter links ist. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich das Padding etwas verringere. Machen wir mal hier irgendwie so eine 7 rein. Hier ist zwar schon ein bisschen zu wenig, eine 8. 9. Mal gucken, wie es hier aussieht. Aussieht, das sind jetzt ein paar Schönheitsanpassungen. Ja, ist jetzt nicht perfekt. Ich tue es nochmal raus. Über die Kleinigkeiten könnt ihr euch dann kümmern, damit das was schöner aussieht. Ich mache jetzt hier ein ganz normales Padding mit Leading. Punkt Leading. Okay, zurück zur Content-View. Dann sieht das Ganze einmal hier so aus. Und wir brauchen jetzt wieder einmal eine Methode. Beziehungsweise wir machen jetzt hier einmal ein Tagesdatum rein. AddStatePrivatesVarYear ist gleich Date. Und jetzt machen wir eine Methode, um einmal den ersten Tag vom ersten Jahr zu bekommen. Dafür gehen wir wieder in die DateExtension rein. Und machen hier eine Funktion. Function GetFirstDateOfYear. Liefern dann einmal ein Datum zurück. Und machen einmal einen Return. Kalender.current. StartOfYear. Und übergeben uns einmal hier selbst. Diese Methode ist aber noch nicht geschrieben. Die müssen wir jetzt selber erstmal programmieren. Dafür legen wir eine neue Datei an. mit einem Kalender-Extension. Und mache jetzt hier einmal Extension-Kalender. Und mache jetzt hier einmal eine Funktion rein. StartOfYear. Übergebe einmal ein Datum. Und gebe ein Datum hier wiederum zurück. Und dafür schreibe ich dann einmal hier diese Methode. Die habe ich jetzt schon einmal rausgesucht. Damit bekommen wir einmal den Start von einem Jahr. Ist jetzt auch etwas, was man immer nachgucken muss. So, das kann ich auch nicht auswendig. Haben das aber hier zumindest in einer schönen Methode gewebt. Das heißt, wir können relativ einfach darauf zugreifen. Und gehe nämlich deswegen zurück in die DateExtension. Und habe jetzt hier immer noch StartOfYear. Wir müssen jetzt hier noch ein Date-Doppelpunkt davor schreiben. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Und jetzt gehen wir einmal zurück in unsere ContentView. Und hier machen wir jetzt auch einen Punkt dahinter. GetFirstDateOfYear. So, dass wir hier immer wirklich den ersten Tag des Jahres haben. Und jetzt brauchen wir noch eine Methode, um von einem Jahr alle Monate zu bekommen. Dafür gehen wir einmal in die DateExtension rein. Und machen jetzt hierfür eine Methode GetAllMonths. Hier übergeben wir das Jahr. Und wir bekommen einmal ein Array zurück mit Date. Und jetzt relativ ähnlich zu der Methode, die wir hier oben schon geschrieben haben. Nur, dass wir jetzt schon wissen, wie viele Jahre ein Jahr hat. Oder wie viele Monate ein Jahr hat. Denn ein Monat hat... Äh, jetzt bin ich ja komplett durcheinander. Denn ein Jahr hat immer zwölf Monate. Das heißt, wir müssen erst nicht die Anzahl bestimmen. Ich mache jetzt hier erstmal wieder ein Return rein. Mit einem leeren Array, dass das hier schon mal funktioniert. Und mache jetzt hier einmal ein VarMonths, um einmal alle Monate zu haben. Und initialisiere das mit einem leeren Array. Jetzt gehe ich einmal von 0 bis einschließlich zwölf, beziehungsweise einschließlich elf. Einmal hier so. Und habe wieder das IIN vergessen. IIN. Und jetzt addieren wir immer ein Monat auf unser jetziges Jahr drauf, wie wir es eben schon gemacht haben. Dafür kann ich das auch einmal hier rauskopieren. Und zwar einmal hier so. Let Month ist gleich. Nur, dass wir jetzt hier nicht einen Tag dazu addieren, sondern immer einen Monat zu unserem Anfangswert. Und diesen fügen wir dann einfach in unser Array hinzu. Append Month. Und das liefern wir dann hier einfach noch zurück. Gehen wir einmal wieder zurück zur UI. Hier kann ich jetzt nur forEach-Live hin machen. Mit year.getAllMonths. Beziehungsweise, ich brauche ja jetzt hier gar keinen Übergabeparameter, sehe ich gerade. Aber ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt hingeschrieben habe. Weil wir rufen das ja auf das aktuelle Jahr schon auf. Sorry dafür. Brauchen die nämlich jetzt gar nicht. Müssen jetzt aber wieder eine ID angeben. Von Backslash Self. Und hier bekommen wir jetzt immer unseren aktuellen Monat zurück. Hier so. Und machen jetzt hier eine Month-View mit Month. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Schon mal sehr ähnlich wie eben in meinem Beispiel. Wir können jetzt hier aber noch ein Padding hinmachen. Padding.bottom. Mache ich jetzt einfach mal von 30. Okay, jetzt ein bisschen wenig. Kann man 50 machen. So, dann sieht das Ganze hier schon mal was besser aus. Wir können hier auch noch ein Padding hinmachen. Padding.bottom. Also dann sieht das hier schon mal was besser aus. Und jetzt brauchen wir hier oben nur noch ein Menü, womit wir dann jetzt immer addieren und subtrahieren können von dem aktuellen Jahr. Und können auch übrigens hier noch ein Navigation Title hinmachen. Ich mache jetzt hier einfach mal Kalender. Dann sieht das Ganze so aus. Ist jetzt hier nicht perfekt aligned. Könnt ihr dann selber noch mal etwas herumbasteln, dass das was schöner aligned ist. Aber fürs Erste sollte das ja schon mal so okay sein. Und wir können hier auch noch einen Divider dazwischen machen. Ich glaube, da sieht das jetzt nicht ganz so schön aus. Ich mache den mal da drunter. Okay, da sieht es auch nicht so schön aus. Dann mache ich den ganz da drunter. Hier. Ja, es sieht schon besser aus. Dann haben wir hier überall immer noch den Divider, dass das etwas eingeteilter ist. Kann die ganzen Sachen auch erstmal noch schnell mit einem Navigation, mit einer Navigation Destination versehen. Navigation Link. Mache jetzt hier eine Destination rein. Ich mache jetzt hier erstmal einen Text. Hier kann dann eine eigene View von euch aufgehen. Und da könnt ihr dann einfach Einträge machen, um zum Beispiel Notizen oder Ähnliches zu machen. Dann füge ich das Ganze einmal noch hier hinzu und können das Ganze einmal auch ausprobieren. Und wir sehen, wir können das jetzt auch öffnen. Ist natürlich jetzt leer, weil ich nichts hinterlegt habe. Dann mache ich einmal oben noch den Toolbar-Button. Dafür schreiben wir Punkt Toolbar. Achso, und übrigens, wem das jetzt hier gerade ein bisschen zu schnell geht. Wie gesagt, das Video ist ja auch explizit etwas für etwas fortgeschrittenere schon, die schon mal SwiftUI gemacht haben. Aber ihr könnt auch den ganzen Quake-Code kostenlos auf meinem Discord bekommen. Joint dafür einfach mal in Discord und geht dann zu dem Kanal YouTube-Codes. Wenn das Video schon was älter ist, könnt ihr oben in der Suche dann einfach den Titel von diesem Video eingeben. Und dann findet ihr den Code in den Dateien. Könnt ihr euch runterladen oder anschauen und rauskopieren. Aber mache ich einmal weiter. Hier kommt dann ein Toolbar-Item rein. Und das Placement ist einmal, das muss ich hier einmal rauslöschen, Punkt Topbar-Trading. Trading ist er hier rechts dann einmal. Und jetzt mache ich hierfür nochmal eine eigene Komponente. Privates war, yeah, Switcher oder sowas nenne ich die. Von View. Dieses bekommt ein Ads-Binding war, yeah, vom Typ Date. War, body, sum, view natürlich wieder. Ah, hier, warum schreibe ich hier wahr hin? Muss natürlich ein Struct sein. War, body, sum, view. Und hier kommt dann einmal in einem Hashtag jetzt unsere Buttons rein. Ich mache dafür jetzt einmal ein Button mit einem Minus. Dann einmal ein Button mit einem Plus. Und dazwischen wird dann einmal das aktuelle Jahr angezeigt, welches wir hier ausgewählt haben. Dafür muss ich aber hier erstmal wieder einen neuen Formelteil erstellen. Dafür kopiere ich mir das einmal hier. Das nenne ich dann einmal Get-Year-Formatter mit jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj formatter und hier machen wir ein great year formatter und dann machen wir hier eine static ich kopiere es auch einmal schnell get year caption und hier benutzen wir dann den year formatter und jetzt kann ich diese methode auch benutzen um meinen jahrestext zu bekommen ich gehe dafür jetzt einmal zurück in die content view mache einmal dateutils punkt get year caption und übergebe einmal mein jahr und einmal ob das ganze funktioniert ich muss natürlich den jahr switcher hier erst noch aufrufen dates und steht hier und übergebe jetzt hier als binding auch das hier und wir können hier schon mal draufklicken passiert passiert natürlich noch nichts weil wir haben das plus und das minus noch nicht programmiert und jetzt implementieren wir noch einmal die funktion um ein jahr minus und ein jahr plus zu rechnen dafür können wir jetzt letztendlich schon die funktion dafür gehen wir jetzt einmal hier in unsere date extension rein und machen einmal eine funktion get next year liefern ein datum zurück und machen kalender punkt current date by adding punkt hier kennen wir von eben schon plus 1 zu uns selber und das ganze geben wir jetzt einmal zurück return und das sind optional deswegen mache ich hier noch ein force on web drauf in der hoffnung dass es immer funktioniert und wir machen jetzt noch ein previous year mit previous year also vorheriges jahr und rechnen hier eine minus 1 und das ganze können wir jetzt auch einfach mal aufrufen und zwar machen wir dafür einfach hier ist gleich hier punkt get previous year bei dem minus und machen einmal next year bei dem plus und probieren das einmal aus und wir sehen wir können jetzt die jahre durchgehen und das geht jetzt auch weiter ich kontrolliere jetzt einmal ob im jahr 2027 auch der erste auch wirklich ein freitag ist im januar dafür gehe ich einmal ins jahr 2027 und der erste ist auch tatsächlich ein freitag das heißt hier hat alles funktioniert und wir können jetzt hier einmal praktisch durch scrollen und die jahre anschauen und natürlich auch zurück in die vergangenheit gehen last but not least eine sache fehlt natürlich jetzt noch wenn die app startet soll zu dem jeweiligen monat gesprungen werden wo wir uns gerade befinden dafür brauchen wir hier oben erstmal eine scroll position state private war scroll position das ist dann vom typ ins aber wichtig ein optional und weisen dem einen nil zu und wir müssen jetzt einmal allen unseren monats views hier eine eindeutige id geben in dem falle id month punkt get punkt month so dass wir dann wirklich einmal unsere monate durch nummeriert haben denn hier diese funktion gibt uns ja den monat zurück in dem falle halt 1 bis 12 und das können wir im appear einfach nur noch sagen wohin gescrollt werden soll also einmal hier im punkt on appear und hier machen wir jetzt einmal eine scroll position rein zu date punkt get punkt month und müssen das ganze aber noch auf einen integer casten und machen jetzt hier noch eine scroll position rein position mit einmal hier dieser id und wir übergeben das jetzt hier als binding scroll position und wir sehen wir sind jetzt im märz und der erste märz ist jetzt hier einmal voraus gewählt also schon mal dahin gescrollt und das ganze funktioniert dann auch schon mal dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen bei diesem tutorial ich hoffe ihr fandet so ein tutorial auch mal gut was etwas zügiger geht und jetzt nicht sehr ins detail geht wie gesagt war halt für etwas fortgeschrittenere leute den kompletten quote findet ihr auch auf meinem discord wenn ihr jetzt noch eine pokédex app programmieren möchtet dann schaut euch einmal das video in der endcard hier an da habe ich schon mal ein pokédex programmiert ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin ciao ciao und Untertitelung des ZDF, 2020